Was hält Sie gesund? Der Apfel oder Ihr Kopf? Ich möchte, dass Sie Ihren Körper verstehen, damit Sie sich optimal schützen können. Dafür recherchieren wir die neuesten Methoden und finden die Gesundheitstipps, die wirklich helfen. Diesmal die Gründe für Bluthochdruck und wie wir Medikamente reduzieren können. Doc Fischer, Montag, 20.15 Uhr, SWR.